Hallo, guten Tag, wie geht's? Kann ich mir ehrlich sein? Oh, Sie sind Holländer. Joko. Haben Sie lecker Käse für mich? Joko, können wir bitte einfach diese Doku weitermachen? Ist ja gut von mir aus. Danke. Arschloch. Was? Hallo, ich bin der Pablo, ich bin ein Holländischer Tapir. Joko. Haben Sie vielleicht ein paar leckere Apfelkeken für mich? Joko. Eine lecker Frikantel von den Möderlandschen, da ich essen kann mit meiner langen Tapir-Schnauze. Joko, du kannst dich jedes Tier im Zoo Holländisch sprechen lassen. Wieso denn nicht? Guck mal. Guten Tag. Schön, dass Sie so viele Landsleuten hier im Zoo sind. Haben Sie gar nicht gedacht. Hey, ich spreche auch Nederlandschen. Ich bin gerade hier aus... Also, mir reicht. Ich bin Nederlands. Ich auch. Das gibt es gar nicht mit allen Nederlandschen. Oh, wenn die Leute das wussten. Was das für die Nederlands durcheinander hier? Ich verletiere ihm so. Kaum zu glauben.